Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mit Hilfe ihrer mächtigen Zauberkraft gelang es, den sogenannten Zwölf Weisen, Dämonen zu erschaffen, welche ihrem Volk als Sklaven dienen sollten. Doch dies war der Anfang vom Ende. Die Naturgesetze Die Zeit verging. Heute nennt man diese Gegend nur das verwunschene Land. Das einst so schöne Phoresia wird noch immer von den Dämonen und Ungeheuern bewohnt. Doch an die untergegangene Kultur erinnern nur die zahlreichen Ruinen. Es heißt, dass sich in diesen Ruinen immer noch Schätze von unermesslichem Wert befinden sollen. Ohne einen Gedanken an die zahlreichen Gefahren zu verschwenden, machen sich viele Abenteurer auf den Weg in das verwunschene Land. Mit Schwert und Zauberkraft neuen Abenteuern entgegen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Man hat diesen Schalz justiert bekommen. Fertig. Fertig. Ich hoffe, er hat ihn geklemt. Ich hoffe, dass du hier den Betriebs kannst. Ich hoffe, dass ich ihn nicht trotzdem erwarte. Ich hoffe, es ist eine richtige Bedeutung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.